Nur gucken aber nicht, die sind nicht so fübsch, wirklich. Nur 4-3-3-1-Schnittstechniker und da ist Händler, was? Händlertagung, einmal bin ich da. Ja, nächstes Mal. Redress looks like a heartbreaker. No, she's not. Naja. Two people hair very nice, thank you. Hello, pretty young girls. Hi. Ich wollte immer tun. Nein, das glaub ich nicht, hab ich nicht gesehen. Echt, stell dir vor, er kuschelt mit dem Kuscheltier öfters als mit dem... Ich sag doch, wenn ich jetzt... Es kommt drauf an, er jetzt bei mir schläft und er nimmt einfach sein Kuscheltier mit, das wäre schon ein bisschen krönisch. So is Orange just a heartbreaker, wenn... Was hängt da schwarz, was auf dem Stuhl jetzt ist? Ach so. Äh, das ist mein Jeanskleid. Das ist mein Jeanskleid. Hoi. Danke für die Rose. Come to Turkey, man. Man. We will. Nein. I will. I will come to Istanbul. Istanbul. Danke für die Rose. Danke, Abdullah. Joshua, siehst du das? Nein, wir drängen hier niemanden, uns Rosen zu schicken. Oder überhaupt irgendwas. Aber... Was sind die für Leute dran? Ich finde das gerade richtig witzig. Neulich als... Wir werden hier immer sexualisiert. Am Dienstag. Das war auch so witzig. Aber Mittwoche und Trash. Ja. Ich glaube. Hi, gorgeous. Hi. J.R. Deadpool. Nepal. Hey. Hi, Madame. Hi. We are two. Madame. Hört ihr Onkels? Nein. Ihr tut mir leid. Ich bin mir leid. Wurdet ihr mal... Wurdet ihr mal sch... Ich hab' ich schon abgekriegt. Ich hab' ich schon... Ich weiß es nicht. Hallo, ihr zwischenwetten. Hi. I'm from Nepal. Same place. Klasse. Antalya Lan. Ich hab' ich... Ja, okay. Antalya auch immer. Lall. Hello, how are you? Good. Wurdet ihr sch... Oh, Mann. Oh, Mann. Holt mal ganz gut weiter. Wurdet ich nicht. So, ja, okay. Kannst du ein Herz für einen Edit machen? Mein Gott. Mach, komm. Ach so, so? So? Hello, Madame Gakusova. Bye.